Musik In einem kleinen Betrieb in Burma arbeiten alle Familienmitglieder an der Herstellung von Sonnenschirmen. Aus der Rinde des Maulbeerbaumes wird die Grundmasse für das Papier gewonnen. Musik Auch Holzrahmen, die mit einer Gaze gespannt sind, wird die preiische Masse gleichmäßig aufgetragen. Musik Die beschichteten Rahmen werden zum Trocknen aufgestellt. Für das Gestell nimmt man Indien Schombeckholz. Musik 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.